Skippos schulen die Koordinationsfähigkeit und sie machen Laune. Aber nur, wenn man sie richtig kann. Und wie das richtig geht, das zeigt dir Yannick in diesem Video. Viel Freude! Nach den Skippos machen wir in unseren Laufseminaren üblicherweise die Hopserläufe. Und wie diese richtig gehen, das siehst du im nächsten Video.